Onsuponateim, in einem fernen, verzauberten Wald, lebte ein einsamer, kleiner Kobold namens Kuno. Kuno hatte einen außergewöhnlichen magischen Stein, der ihm erlaubte, die Gedanken der Tiere zu verstehen. Jeden Tag unterhielt er sich mit Eichhörnchen, Vögeln und sogar den scheuen Füchsen. Doch eines Tages hörte er eine traurige Geschichte von einem alten Baum. Der Baum erzählte von einem vergessenen Zauber, der den Wald vor dem drohenden Unheil schützen konnte. Kuno fühlte eine Verantwortung und beschloss, das Geheimnis des vergessenen Zaubers zu lüften. Er begab sich auf eine Reise durch den dichten Wald, vorbei an funkelnden Bächen und geheimnisvollen Lichtungen. Unterwegs traf er auf einen weisen Uhu, der ihm riet, den verlorenen Tempel der magischen Weisheit zu suchen. In der Stille des Tempels fand Kuno ein uraltes Buch, das den vergessenen Zauber beschrieb. Doch um ihn zu aktivieren, benötigte er die Hilfe aller Tiere des Waldes. Kuno kehrte zurück und begann, die Tiere zu versammeln. Eichhörnchen, Vögel, Rehe und sogar die scheuen Füchse schlossen sich seinem Ruf an. Gemeinsam begaben sie sich auf eine magische Reise, um die verlorenen Zutaten für den Zauber zu finden. Sie überwanden gefährliche Prüfungen, kämpften gegen dunkle Kreaturen und halfen einander in Zeiten der Not. Endlich, nach vielen Abenteuern, hatten sie alle Zutaten beisammen. Der magische Moment war gekommen. Kuno las die alten Worte aus dem Buch, begleitet vom harmonischen Singen der Vögel, dem Rascheln der Blätter und dem leisen Flüstern des Windes. Plötzlich entfaltete sich der vergessene Zauber. Der Wald erstrahlte in leuchtenden Farben und eine tiefe Ruhe legte sich über die Natur. Die Tiere des Waldes spürten die Macht der Magie und dankten Kuno für seine Tapferkeit. Doch inmitten der Freude bemerkte Kuno, dass der alte Baum stärker wurde. Seine Blätter wurden grüner und sein Geist war voller Lebensfreude. Kuno kehrte als Held in seinen einsamen Koboldalltag zurück, aber er war nicht mehr allein. Die Tiere des Waldes waren seine Freunde und der Wald selbst war sein Zuhause. Und so endete die Geschichte von Kuno, dem Kobold, der durch Mut und Zusammenhalt nicht nur den Zauber des Waldes wiederentdeckte, sondern auch die Zeit heilte. Die Hörer lauschten gespannt der letzten Zeile, als plötzlich ein sanftes Summen durch den Wald erklang, als ob die Natur selbst die Geschichte würdigte. Die Hörer lauschten Die Hörer lauschten